Und, äh, also klingt oder ganz nett? Also Das ist gut. Sorry, Kali, ich bin gerade ein bisschen brain-up-kabiert jetzt durch das Spiel. Kein Problem, ich hab grad selber, also. Ja. Ja, ignoriere mich bloß. Was, dich? Nein. Wer bist du denn? Ich würde dich niemals ignorieren. Ich hab bloß grad mein Massagesessel angeschaltet. Ach so nennt man das heutzutage. Du bist auch so komisch. Survey team at your disposal. Wir werden das perimeter checken. Building completed. Ich bin Flux-Kompensator mäßig gleich wieder da. Building completed. Ich werde ein paar Samples da. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 Hallo, danke, hallo. Ja, ja, ich musste, ich hab ja gerade am trinken. Hallo. Ich hab gerade mein Handy gesucht. Ich hab's gefunden. Ey, da unten hupen voll die Autos, ich glaub da hat irgendwer, äh, hier Hochzeit und so. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Building completed. Begleit, Lord, ready, Sir. We're moving. Enemy unit detected. Hast du hier jetzt gerade alles aufgebaut? Ja Du bist ja schnell Ich habe Panik, dass ich überrannt werde Was soll ich jetzt sozusagen? Was sind denn das alles für Erdlöcher? Würde ich fragen Ich werde Ressourcen zum abbauen Ah ja Unit lost Unit lost Unit is under attacks Unit lost Enemy unit detected We're taking fire Building completed We're in the pie 555 Enemy unit detected Unit is under attack I think they're aiming at us We're in the pie 555 Base is under attack Unit is under attack Unit is under attack Unit is under attack Unit is under attack uns gt 0 Mini rif an 4 An Das ist ein Wettbewerb. Ah, ich habe gerade gesehen, ein Guild Wars, der Triebwurm ist verlegt worden auf 1945, da werde ich dann ganz kurz zugehen, weil ich habe doch den einen Kopf schon gemacht und da fehlen noch zwei Köpfe. Und bin ich dann wieder da, ja? Aber ich führe erst um 1945. Okay, so are you? Unit is under attack. We're being torn apart! Unit lost. Enemy unit to take. Fight our way. Unit is under attack. Unit is under attack. No ammo left. Going back to base. Enemy unit to take. No ammo left. Going back to base. No ammo left. Going back to base. Move in two minutes! I don't want them to hide here! Enemy unit to take. Enemy unit to take down down there! ... Right our way. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unit lost Enemy unit detected Bases under attack Enemy unit detected I've got eyes on enemy infrastructure Enemy unit detected Diesmal ist Angriff die beste Verteidigung Enemy unit detected We're in the 5, 5, 5, 5 Hoorah! We will take firing position there We will take firing position there Enemy unit detected Where do you call the phone? Where do you call the phone? Detected DEFCON 1 available I've been only using CW by now I've been only using CW by now You are under attack Bases under attack Bases under attack Enemy unit detected I'll survive Enemy unit detected Let's fly that old lady Let's fly that old lady Unit is under attack Bases under attack Das war jetzt ein komischer Ruf mich jemand an und sagt es geht um ihren Sohn, sag ich was, mein Sohn, hallo? Weint sie, ja 1992 geboren, sag ich nicht mein Sohn, mein Bruder. Oh, 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 oh. Ok er hat nicht alles nach uns. Bases under attack Guardian, ready to fly sir Oil field depleted Unit lost F-22 at your service I can only see CCW die now Blazers, good to go Enemy unit detected Aye aye, sir Enemy unit detected Enemy unit detected Enemy unit detected No air away, going back to base Base is under attack Enemy unit detected Enemy unit detected Enemy unit detected Area temperature compliqué Stand defense ready, sir Unit detected. Unit is under attack. Unit detected. Enemy unit detected. We're rolling. Let's fly that old lady. Let's fly that old lady. Unit lost. 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 I'm hit! Unit lost. I don't want to die here. Stealth enemy unit detected. What did I say? I don't think I will make it! Enemy unit detected. I don't want to die. I don't want to die. I'm gonna die. I'm going to die. Yeah, that's so fast. I have to get faster than that. I have to get faster than that. Base is under attack. Base is under attack. Striker ICB reporting. Enemy unit detected. Let's drive out again. Unit lost. I'm going to die again. You've got a mission for us? Unit is under attack. Repeat it again. Unit that says V Party. Unit too wanted. We're going to die hier. Unit you need to Levi. Enemy unit detected not into action. Run apart! One demon were. Let's try that old lady. Enemy unit detected. Unit is under attack. We're rolling. Let's try that old lady. All right, we're rolling. We're going to be collecting time. I'm taking three blocks. Unit lost. We're tracking ahead. We're being torn apart. We're rolling. We're tracking ahead. Unit lost. I'm taking three blocks. Unit lost. We're being torn apart. Fire and will. We're being torn apart. Unit lost. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mal die anderen spielen? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Upgrade completed. Upgrade completed. Enemy unit detected. Stealth enemy unit detected. Enemy unit detected. Unit lost. Stealth enemy unit detected. What's up? Unit lost. Moving on target. Marines never die. Unit lost. As fast as we can. Moving on target. We're taking fire. Unit lost. We can't out bombarding in no time. Unit is under attack back. Hostiles. Unit lost. Best of world iraqma. Stealth enemy unit detected. Kassahamuf war so ein Eckstark ist. Die fußten meine mal eben so locker weg. Jetzt kommen seine Bomber schon wieder an. Mann, ey, krass. Ey, das kann hier angehen. Da haben wir gerade einen Job gemacht und heißt den letzten Teil da mit dem Gefängnis. Alle springen aus dem Flugzeug raus und der Typ im Hubschrauber disconnected. Weißt du, wir hätten nur noch Landen brauchen und der haut einfach ab. Der wird schon wieder ausgeräuchert. Oh Mann! So, ich wollte diese Folge anzuzeigen, das habe ich gemacht. Und zwar nicht meine, aber immerhin. Ja, das ist, wie soll ich sagen, andere Maps, selbes Ergebnis. Das nächste Mal spielen wir einfach mal die andere Seite, die scheint ja erheblich stärker zu sein. Zwinker, zwinker. Ja, für heute lasse ich erstmal, wir machen lieber gleich mit was anderen weiter. Also in diesem Sinne erstmal raus hier.